Art Spiegelman, einem der bedeutendsten Comic-Künstler unserer Zeit, widmet das Kölner Museum Ludwig die erste große Retrospektive in Deutschland. Mehr als 250 Bilderfolgen, Skizzen und Titelzeichnungen sind dort ab morgen zu sehen. Im Mittelpunkt steht der Comicstrip Maus, in dem Spiegelman das Schicksal seiner jüdischen Eltern während des Holocaust aufarbeitet. Als erster Comiczeichner erhielt er dafür 1992 den Pulitzerpreis. Bereits in den 70er Jahren galt er als renommierter Künstler in der Underground-Szene. Zudem gestaltete Spiegelman zahlreiche Titelbilder angesehener Magazine. Am Sonntag wird er in Berlin für sein Werk mit dem Siegfried-Unseld-Preis ausgezeichnet.